Der Run auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist ungebrochen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Im Jahr 2019 haben von über 816.000 Rentenempfängerinnen und Rentenempfängern 253.000 Männer und Frauen die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch genommen. Das macht ca. 31% aller Rentenempfänger aus, die im Jahr 2019 eine Altersrente in Anspruch genommen haben. Interessant an diesen Zahlen ist, dass nicht nur bei den Männern die abschlagsfreie Variante der vorgezogenen Altersrente mit 45 Jahren interessant ist, sondern halt eben auch jetzt immer mehr bei den Frauen. So haben rund 137.000 Männer die Rente in Anspruch genommen 2019 und 116.000 weibliche Neurentnerinnen. Diese Rente ab dem 63. Lebensjahr und 45 Jahre Wartezeit macht einen Großteil aller Altersrenten aus. Mehr wurde nur noch die Regelaltersrente in Anspruch genommen und etwas weniger war es dafür, die Altersrente für langjährig Versicherte. Das ist die Variante, wo ich mit 63 Jahren schon in Rente gehen kann und dafür brauche ich aber nur 35 Jahre Wartezeit. Dann noch ein bisschen weniger war die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Mein Tipp, bitte nochmal überlegen, wer kann, sollte vielleicht dieses Jahr schon in Rente gehen, denn wir haben immer noch den hohen Hinzuverdienstfreibetrag von 44.590 Euro. Das heißt also, wer kann und wer sich das leisten möchte, auch vielleicht mit einem Abschlag in Rente zu gehen, der kann dieses Jahr noch diesen Hinzuverdienstfreibetrag von 44.590 Euro nutzen. Näheres zum Thema Rente, Ruhestandsplanung, Altersrente mit 63, Altersrente ab 63 finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.